Jetzt muss jemand eine lustige Begrüßung machen. Ich habe einen riesigen Arm. Ich dachte gerade, du sagst wieder irgendwas über deinen Ding. Werder, warte, dass ich Ding sage. Okay, jetzt bitte, Scarlet. Du hast nur drei Pokémon. Das ist eine echt schwere Auswahl, okay? Mein erstes Pokémon, den Namen könnte man auch Timo geben, dem Blödmann. Dass die weltgrößte Gummiente 35 Meter groß war. Das ist eine ziemlich große Gummiente. Und die ist nicht so groß wie Timo's D. Auch wenn er diesen Joke jetzt bringen will. Nein, hey, Jungs, Jungs. Juuuungsss. Jungs. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber ich konnte mich zurückhalten. Ich wusste es, ich wusste es. Kadabra, Alter. Und Dirk ist ja üres alt. Dirk nicht angreift. Komm mal hier, warte. Jungs, ich habe die besten Spitze. Nur eine Schlange. Das ist Timo, neue Schlange. Leu, ich bin doch keine Snake. Du bist richtig die Snake. Junge, ich kann nicht mal was mit der Schlange gegen Dirk machen. Liebe Dirk. Habt ihr meine Spitze schon gesehen? Verpiss dich, Karle. Bitte. Warum heißt sie überhaupt Dirk? Okay, folgendes. Ich habe mein Z-Move. Ja, das ist ein Z-Käfer-Move. Der ist gegen... Kannst du jetzt schon mal aufhören zu manipulieren? Am besten du bist einfach komplett durch. Nein, die Sache ist, nee, pass auf. Ich will Kadabra nicht angreifen. Ich will, wenn einen von euch beiden angreifen, weil ich will nicht, dass jemand durch den Z-Move stirbt. Und ich will, dass wir eine coole Animation haben. Ja, aber das bringt nichts gegen uns. Also wir gehen einfach alle auf die Timo. Ich will die nicht haben. Bitte greifen Sie mich nicht mit der Z-Käfer-Move an. Nur Nummer 31. Das ist gar nicht. Wöchtest du die haben? Meine, wird die mich killen? Nein, die killt dich nicht. Ich will eigentlich nichts haben. Alles für Thumbnail. Oder, Junge? Richtig. Also ich freiwillig will, dass du mich angreifst. LENOL DIRK! Voll Para. Voll Para. Kolzi? Ups. Junge, der wird so hart weggeponzt. Jungs. Und jetzt kommt er mit seinem dummen Z-Move. Ich wette, ich dachte kurz, Timo ist so ein 31er, das ist jetzt einfach hier Z-Hyperstrahlen. Ich habe einen Z-Käfer-Move. Wer würde den haben? Ich hätte Pandy in die nächste Gen ficken können. Wird richtig gut zu dir passen, Alter. Ich weiß. Deswegen habe ich dich gedonnerwählt. Das ist gemeint. Aber ich habe doch den angegriffen, den Namen. Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, einen Spitznamen. Name, der arme Name. Das sieht richtig cool aus. Siehst du, das macht nicht so viel. Das macht richtig viel, holy shit. Los, Schlange! 12-Käfer-Stärke. Das sieht richtig cool aus, die Anerkennung. Ja, das haben wir letztens auch erst gesehen. Ich habe die bis jetzt noch nie gesehen. Junge, lol, Schlange, der zeigt Timo, wie man eine richtige Schlange ist. Oh, lol, bitte. Frag dir mal eine echte Schlange. Kann ich nicht machen. Ja, 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 kann man nicht machen, ne? Also ich finde das Wetter hier ziemlich schön mit dir. Ja, das stimmt. Rettan sieht so niedlich aus. Was ist das denn jetzt? Das macht der denn da? Das ist Fokus. Bitte, verstärken Sie nicht Ihren Fokus. Das funktioniert nicht. Aber ich habe das alles schon, ne? Der ist schon weg. Aber das gilt nicht. Keine Angst. Lol. Hä? Was für ein Deal hast du bisher? Das hat man gesagt. Hä, bei mir nicht. Aber das gilt nicht, oder? Ha. Geht aber weg. Oh ja. Hä, bei mir passiert doch gar nicht. Hä, wo bist du denn, Alter? Benutze Internet Explorer? Hier kam jetzt erst der freie Fall. Benutze Internet Explorer. Wo bist du in Kirgizistan? Glocke. Oh, der war bitte besseres, ne? Nach Kudassi. Funktioniert freie Fall nicht auf die Leute, die nebendran stehen? Nein. Das wusste ich nicht. Schade. Schade. Aber holy shit, Timo, wo bist du denn gerade? Am Anfang des Matches geht es jetzt gerade los bei dir. Oh, lol. Ihr habt ja einen Kadabra mit. Wie cool. Kadabra. Bitte nicht. Lol, bitte nicht Palim, Palim. Schau mal an, wie süß der ist. Der ist schon wirklich ziemlich. Ja, ich wollte den nur ein bisschen verkrüppeln. Komm, Schlange. Schlange. Sehr. Der kann was sehen. Nice. Ich habe gesehen, dass Timo ein 31er ist. Ach, Mann. Paul, du bist so ein Spaß. Jetzt stirb. Tschüssi, Dirk. Schlange. Junge, Dirk hatte gar keine Chance. Warum heißt du jetzt eigentlich Dirk? Du hast mir die Frage immer noch gefragt. Weiß ich nicht. Achso. Ich habe keine Ahnung. Ich habe an Dirk denken müssen. Let it be. Ja. Weil das ein Dino ist und der einen langen Hals hat. Und ich habe auch einen langen Hals. Und let it go, weißt du? Weil es hagelt. Okay. Es ist schon eigentlich um fünf Ecken gedacht. Sind wir alle immer noch wütend auf Timo? Wir sind immer wütend auf Timo. Ich bin eine süße Schlange. Rettan hat immer noch ein sehr süßes Model, wenn ich ehrlich bin. Lass mich raten. Penny will mich mit Fokusstoß töten. Nee, Fokusstoß ist doch für die coolen Kids. Wie unerwartet. Ja, das war schon gut geplayt. Danke. Ich liebe meinen Choice Band Wutanfall. Schönes Monomone. Warum könnt ihr überhaupt Wutanfall? Warum hat Palimpalim Schwebe und ich habe es vergessen? Schau es dir doch mal an, das schwebt in der Luft. Weil jetzt ein Steel-Type ist. Gefühlt jedes Pokémon schwebt in der Luft. Und die haben keinen Schwebe. Stimmt doch gar nicht, deine scheiß Schlange ist am Boden. Nein. Der fliegt. Wenn er im Flugzeug sitzt, dann fliegt er ja. Los, Gras Bandit. Ja, da kann ich wohl nicht spielen. Ich glaube, das ist ein schlechter Fake. Das ist der Gras Bandit? Das ist ein schlechter Fake. Der gibt sich doch mit lauf nicht zufrieden, der Gras Bandit. Das ist ein schlechter Fake, wenn ich ehrlich bin. Aber schon ziemlich schlechter Fake. Aber der Gras Bandit, der kann auch Wutanfall. Warte mal, war ich jetzt paralysiert? Oh, come on. Nein, du hast eh auf Retterlein gesetzt. Hab ich? Ja. Ach, man sieht die Animation nur nicht, ne? Du hast sehr auf mich angeguckt. Ja, well then fuck it. Bitte, lass meine Ritter an den Ruhe. Du auch, bitte! Oh. Nein! Du kannst, das ist jetzt ziemlich doof. Du kannst Wutanfall nicht. Ja, ja, ja. Ich hab schon wieder gesehen, Timo ging nur auf mich, der Blödmann. Was? Das war dein erster Punkt. Ich wollte die Glocke nicht töten. Ich weiß noch mal, wann trifft Seher eigentlich? Ich hab vor 5 Millionen Jahren Seher auf Timo eingesetzt. Der kommt jetzt. Der ist er weg. Tschüss. Warum hast du Seher jetzt nicht auf Pandy eingesetzt? Weil ich dachte, das hat nicht getroffen, weil ich paralysiert war. Nein, das funktioniert jetzt auf gar niemanden. Oh lol. Da kommt er. Holy shit macht das viel damage. Ich war da schon da, bei mir hat's noch gedauert. Junge Timo nimmt mich jetzt Koffel auseinander. Der Grasbandit. Weißt du, vielleicht sterben wir als erstes, aber das ist okay. Ja, ja. Du gehst jetzt wieder auf Wutanfall und killst mich. Ich kann es nicht aussuchen, auf wen es geht. Ja, 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 ja. Ich kann doch nicht mal was drücken. Blöd, Mann. Bist du meinst? Nee, du bist gemein. Außerdem bist du die ganze Zeit auf mich gegangen. Hey, ich hab... Alle sind auf dich gegangen. Ich war nicht der Einzige. Lol. Hä, nein. Penny ist auch auf die anderen gegangen. Oh, Penny, die Kraftreserve Kampf, die ist nicht vorhanden, ne? Oh, ich bin echt froh darüber, dass er auf dich... Du bist so kacke, Timo. Oh, Leute. Ich kann das mir nicht aussuchen. Der Beulheim. Lol, Hund. Du schaffst es. Du bist jetzt der Einzige, der nur auf mich gegangen ist. Come on. Du bist der Einzige, der nur auf mich gegangen ist. Hä, das stimmt nicht. Paul ist mit Kraftreserve Kampf auf dich gegangen und du bist jetzt... Ja, aber er ist nicht nur auf mich gegangen. Ich auch nicht. Ich hab Dampfwalze eingesetzt auf Paul. Das hätte mich auch. Ja, das ist richtig. Das hätte mir auch unendlich viel Damage gemacht. Nein, das war ein fucking Ritter an. Bitte. Auf Amagaga? Hä, das war Ritter an. Ja, aber du hast Dampfwalze gegen Amagaga eingesetzt. Nein, gegen euch alle. Ich hab keine anderen Moves. Ich hab Dampfwalze und Stärke. Hättest du auch Kadabra einsetzen können. Nein. Ich will einen Schaden machen. So funktioniert es. Du, Flo, Frustration und Rückkehr. Kannst du vielleicht mal Kadabra töten? Ja. Ja, ich wäre auch dafür, dass wir endlich mal Kadabra töten. Mein einzig anderes Beruf ist Wutanfall. Ich kann nichts machen. Ja, und dann killst du uns die ganze Zeit. Da kann ich ja nichts für. Triff dich selbst, bitte. Bitte, bitte. Nice. Tschüss. Tschüss. Gras Bandit. War nice mit dir. Dummer Scheiß, Gras Bandit. Geh weg, keiner mag dich. Für den Blatt Bandit zurück. Der war mal sympathisch. Erstmal ein bisschen dabben für die Hater, oder? Bitte, Glocke. Jetzt ist die Frage. Schau mal, wie süß der ist. Liebt er mich oder hasst er mich? Oh nein, er hasst mich. Er hasst dich richtig hart. Ich liebe dich, Sabba. Oder so. Das ist okay. Aber Seah kommt gleich noch auf Sabba, oder nicht? Ja, stimmt. Seah trifft auch gleich noch Sabba. Oh, das wäre schade. Dann bin ich tot. Geil. Ganja Boy. Das ist ja mein kleiner Bruder. Das ist der bessere Gras Bandit. Was? Der klaut sich halt wirklich, dass ein Gras, weil er zu arm ist, um es sich egal zu kaufen. Los, Sabba. Zeig mir, wie du mich hasst. Hä? Oh, Leute. Auf einmal hat er dich wohl gerade gemocht nach der Hater. Weißt du, nachdem du gesagt hast, ich liebe dich, meint er so. Oh, shit. Ich liebe dich auch. Ich sehe schon. Und jetzt werde ich vom Seah getroffen. War ein schönes... Ah, nee, warte, was? Moment mal, wie? So war das jetzt nicht geplant? So war das jetzt nicht geplant? Was ist denn da passiert? Ich glaube, der Seah kam durch, als Lillipup gestorben ist. Das ist lit. Okay, los, Leute, aber du schaffst es noch. Chantikko. Jawoll! Ja, genau! Also! Das ist so kacke. Ihr seid alle kacke. Warum ist es niemandem aufgefallen bei der Selection? Alter. Da war mal der Primal Grounder. Alter. Manchmal muss man auch der fette 31er sein. Nee, muss man nicht. Und nicht in jedem Match. Das muss immer ein 31er geben. Ja, nächste Freefall Session. Sind wir keine Freunde mehr. Nee, verpisst euch alle. Ich hatte euch. Du bist so... Oh, du bist so ekelhaft. So ekelhaft. Alter, bitte. So widerlich. Oh, wie shit. Ich dachte, Altimo guckt mal, wenn er ein neues Pokémon reinwechselt. Guck mal, sein Zubber ist runtergefallen und du bist schuldig. Der Boden ist dreckig. Oh. Oh, fuck. Oh. Ich glaube, seine Zubber verdunst sowieso sofort beim Entladen. Ach, geht los weg, Alter. Ich glaube, Zwiebelchen hatte keine Chance. Ich glaube, der Zwiebelchen, der wird jetzt zwieweit weggekocht. Kannst du nicht machen, Mann. Sorry. Du schaffst es gar nicht. Ich bin schon längst tot, aber mein Trainer da immer noch steht. Jungs, wir schaffen das. Los, Zwiebelchen. Bitte nicht. Das kann er töten, bitte nicht. Yes, off. Come on. Ja, das kann töten. Oh, Leute, das hat fast getötet. Ja, fast. Ohne Scheiß. Zwiebelchen, das packst du. Ohne Scheiß, was ist hier los? Schade, Mann. Hätte gut werden können. Ich dachte, ihr werdet meine Freunde. Ich hasse euch alle. Ach, Timo geht auch einfach. Ich habe dich alle verraten. Verpisst euch an. Ich habe dich nicht verraten. Ich habe deine Glocke gerne geläutet. Ja, Paul, dich mag ich noch. Danke. Ich habe nichts gemacht in diesem Match. Gar nichts. Ja, Wutanfall. Das war wohl gar nichts. Hat nur zwei Pokémon von mir getötet. Dafür konnte ich ja nichts. Ja. Ich kann mir das nicht aussuchen. Hättest du einen anderen Move einsetzen können. Ich habe keinen anderen Move. Dann such den neuen. Nein. Ja, ich habe keineمرientras. Mach us wenn du sie mit. Ja, ich hoffe. Jedes geht. Ja. Untertitelung. BR 2018